so hey freunde schön das ging statt zum nächsten wieder von kanal ja freunde das wird mein letztes video sein für das erste weil ich gehe jetzt fünf tage in den urlaub ja von deswegen wollte ich mit euch jetzt noch mal das letzte mal gang die swelle spielen online ok freunde das gerne like und ein abo davon bin ich riesig freuen und starten wir gleich mal so mittags übrigens los zum urlaub und da wird es wieder hochgeladen sein also ja ich fange gleich mal an ja freunde welle u-bahn los geht's so freunde jetzt müssen wir echt kämpfen nein 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 perfekte Uuuhu! Uuhuhu! 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 Granate! Uah! Leila ist mein Freund! Ah! Nehmt euch beide! Bam! Machen nicht fennig! Ja ja! Ja! Oh, meine Batterie ist gerade noch. Wow! So ein Schüler! Böser Schüler! Eine Wiese! Ich nehme dich mit in den Tod! Au! Ich muss mit ihnen draufgehen! Ja! So, Brudi! Geh! Raus! Oh! Nein! Ich gönne mir die geile Aussicht! Äh, von... Oh! Oh! Jetzt schlepp mich mit! Ich muss die röte... Oh nein, nein, nein! Oh! Oh, juhu! Das ist ein Übel schon, die Welle 4, ey! Aia! Ja! Iiiiia! Ja! Ich hab ihnen geholfen! Nein, lass mal Grudi! Ich helf ihnen hoch! Ja, ich hab ihnen hochgeholfen! Ich hab ihnen hochgeholfen! So, Angriff! Geh mit dir in den Tod! du hast noch gesehen wie ich da unten gerade war freunde ja also ja freunde machen wir noch eine runde würde ich sagen dann war es das auch mit dem video weil ich habe heute auch noch viel zu tun freunde so match markus nach entfüllten spiele okay dabei nehme ich einen schluck auf flaschig so freunde meinen schluck auf flaschig gelassen das dauert ja bisschen lange aber kein wunder ist es in der frühe und ich nehme das video recht früh auf 6 uhr morgens oder sowas naja 6 uhr morgens ist gerade auf freunde welle u bahn wieder welle u bahn wie geil ich mag den die langen was mein bruder helfen dann lasse ich einfach mit dem klar als ob ich das jetzt als ob ich diese welle eins nicht schaffen Aua. Au. Nein. Sie werden mich nicht down bekommen. Woho. Woho. Uh la la la. Wow. Wow. Juhu. 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 Ahahahahaha. Hilf mir doch Brudi. Ich kümmere mich um Babynans. Ja. Ah. 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 So, Freunde, jetzt geht's wieder. Mach die Tür zu! Nein! Du sollst ihn ja so rein! Nein! Oh, ein Riese! Sogar zwei! Nimm euch mit! Kommt! Nein! Nein! Er wird's nicht schaffen. Nein, leider nicht. Dann gehen wir, würde ich sagen, zurück. Aber okay, Freunde, ich würde schon mal sagen, das war's mit dem Video. Also, mein letztes Video für fünf Tage, Freunde. Ihr könnt auch gerne noch meine anderen Videos angucken. Okay, Freunde. Zum Beispiel MyCraftGuys hat mir auch sehr gerne, hat mir sehr gut gefallen, sogar das Projekt, Freunde. Das Projekt ist zwar noch nicht zu Ende, aber mit dem, wo ich das Projekt gemacht habe, der macht leider nicht mit mir YouTube. Okay, Freunde, dass wir vielleicht wieder mit mir irgendwann mal wieder YouTube machen, aber leider nicht mehr. Also, für das erste nicht mehr. Aber okay, Freunde, ich würde schon mal sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe es gefallen. Like und abonniere. Glocke und tschüssi! Tschüssi!